Herr Togornik, erstmal herzlichen guten Abend und schön, dass wir Ihre fantastische Idee des Kunstpreises, dass wir die von Ihnen persönlich mit Herrn Mittelsteiner erklärend hier vorgestellt bekommen, vorab, bevor die offizielle Entscheidung bei Ihnen läuft. Können Sie mir die Geschichte, vielleicht ganz kurz und knapp die Geschichte dieses Designpreises oder dieses Kunstpreises, können Sie mir die erzählen? Der Kunstpreis rührt aus einer ungefähr 30-jährigen Tradition her, wo wir uns mit Dekoren und Destinierungen auf Textilgeweben beschäftigen, die man als Rollo zum Beispiel einsetzen kann und die auch etwas mit künstlerischer Ausstrahlung zu tun haben. Und seit dieser Zeit unterhalten wir uns mit jungen oder unbekannteren Künstlern, meistens aus der Region, die mit dem Thema einmal in das Unternehmenthema reinschauen, einmal ein bisschen in das Produkt und an die Menschen reinschauen, ihre Ideen entwickeln und uns ein Kunstwerk vorstellen. Und aus diesen Einsendungen wird dann ein Künstler und ein Kunstwerk ausgewählt. Der Künstler ist dann hier auf der Messe anwesend, vier Tage, hat die Chance mit unseren Kunden zu sprechen und sein Kunstwerk, seine Kunstidee vorzustellen. Wir freuen uns, dass unsere Kunden uns hier besuchen. Und zum Dank dafür können die Kunden an einer Verlosung von 150 Originalen dieses Kunstobjektes teilnehmen. Also wer hatte diese Idee und wie ist die entstanden? Und aus dieser Grundidee ist dann ein ganzes Marketingkonzept entstanden. Also was die Produktentwicklung und was die Entwicklung der Kunst in der Firma Theba betrifft. Und das seit 30 Jahren. Entstanden ist die Idee aus der Produktnähe und hat sich dann hinentwickelt zu einem Thema des Marketings, der Theba Art Award, der heute in dieser Form vergeben wird. Also was Schöneres kann ich mir als am Abend eines Messetages nicht vorstellen, dass so ein Kunstpreis vergeben wird. Und herzlichen Glückwunsch. Ich selbst bin ja zehn Jahre lang Vorstand des Designzentrums Nordrhein-Westfalen gewesen und wir haben die Zeche Zollverein während meiner Vorstandstätigkeit aufgebaut. Ich glaube, das Thema müssen Sie in der Zeche Zollverein zum Tag der Kunst, Sie sind ja Ruhrgebietler und Sie müssen das in den Kreis der Kulturhauptstadt Europas, müssen Sie diesen Gedanken, müssen Sie dort noch nachträglich einbringen. Erfreuen wir uns darauf, wenn wir da eine Chance bekommen. Ja, also Herr Mittelsteiner, Sie haben eben im Gespräch diese Idee gehabt. Ich hätte von Ihnen vielleicht auch noch ein ganz kleines Statement zu diesem Kunstprodukt. Sie hatten gesagt, es wird dann eine limitierte Auflage verteilt oder wird verlost. Ja, richtig. Es ist ja immer sehr schwierig, Kunst zu verschenken. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir aus dem, ich sag mal, Kunstwerk, was eigentlich daran teilnimmt, für diesen Art Awards, zur Verleihung des Art Awards, aus diesem Kunstwerk heraus gemeinsam mit dem Künstler ein Kundengeschenk zu entwickeln. Also das eigentliche Kunstwerk ist die Basis für das Geschenk, welches für unsere Kunden und während der Messe als Dankeschön übergeben wird. Und woher kommen diese Künstler in, die bewerben sich bei Ihnen, dass Sie, Sie machen eine Ausschreibung und dann bewerben sich die Künstler und Sie, eine Jury in Ihrem Hause macht dann diese Auswahl. Ja. Eine interne Jury macht diese Auswahl und die Künstler kommen häufig aus dem regionalen Umfeld, man kann es auch ein bisschen großzügiger als Nordrhein-Westfalen bezeichnen. Ja. Also ich muss Ihnen nochmals zu dieser Durchführung dieses Kunstpreises muss ich Ihnen noch mal gratulieren und ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Veranstaltung heute Abend. Alles Gute und Ihnen genauso. Und wir bleiben aber im Gespräch und ich würde gerne bei den nächsten Gelegenheiten, wenn ich mit meinen Kollegen und mit weiteren Herstellern über Ihre Idee spreche, werden Ihnen die Ohren klingeln, dass Sie der Erfinder dieser Idee gewesen sind. Sie müssen sich das patentieren lassen. Frau Grande, herzlichen Glückwunsch für Ihr Projekt Theba, herzlichen Glückwunsch für Ihre anderen Kunstprojekte und viel Erfolg. Guten Tag, Frau Allagrande. Sie sind die glückliche Gewinnerin dieses Arte-Words von der Firma Theba und ich freue mich mit Ihnen, dass Sie ein so tolles Signet dieser Sonne und der Menschen geschaffen haben, die neuen künstlerischen Ansätze. Sie sitzen wo? Ich wohne in Krefeld und arbeite da auch. Ah ja. Und Sie sind aus welcher Universität und aus welcher Gegend? Ich habe in der Ukraine studiert, Kunst und Architektur. Ich bin Architektin, Innenarchitektin, Designerin und Künstlerin jetzt zuletzt, wo ich seit vier Jahren nur Kunst mache. Ja. Und es war ja eine fantastische Zeremonie, die hier abgelaufen ist und so und das Bild. Besser kann man sich ja eine Verbindung zwischen der Sonne von Theba und den Menschen nicht vorstellen. Also, und das sind Gemälde, die Sie gemacht haben? Ja, das ist ein paar Beispiele von meinen Kunstwerken. Auch die weitere, das ist ganz neue Technik, die ich selber praktisch entdeckt habe für mich und entworfen. Und das ist so, ich nenne das Beton. Ich modelliere das aus dieser Masse, praktisch aus diesem Mörtel und da entstehen so ganz faszinierende, ganz faszinierende Bilder. Und die nächste Ausstellung wird von Ende Januar bis Ende März in Berlin im Swiss Hotel. Ganz, ganz große Ausstellung von mir. Ich habe ganz große Palette von Kunstwerken. Ich bin sehr, sehr vielfältig und das empfehle ich auch an meiner Ausstellung zu besuchen, um ihren eigenen Eindruck zu gewinnen. Also, Frau Allagrande, herzlichen Dank. Das war sehr, sehr, sehr schön, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist mir auch eine Ehre. Dankeschön. Meine lieben Zuschauer, wir sind am Ende eines ganz tollen Messetages. Wir haben sehr viele neue Trends gesehen. Wir haben die Kunst und Kultur miteinander verbunden. Und lieber Winfried, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und wir haben sehr viel Kunst, Kultur und Trends gesehen. Alles Gute und bis zur nächsten Veranstaltung. Also, Reinhard, es hat heute unheimlich viel Spaß gemacht. Und den heutigen Tag, den heutigen Abend hier auf dem Theberstand mit einer solchen Party abzuschließen, ein Genuss. Also, wir sollten hier noch ein bisschen bleiben. Da hast du recht. Und tschüss. finde ich, dich im Ofen der ersten Mal wieder liegen. Oder woher? Wie? Das ist mir. Wie? Oder woher? Wie? Wie? Untertitelung des ZDF, 2020